Verstanden! So, jetzt haben wir Schafe, die keiner mehr braucht. Da ist das Räuberlager, das wir vielleicht irgendwann mal ausheben müssten. Auf euren Befehl! Verstanden! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Die Bösen sind da und hol sie dir einfach. Ein Steinbruch ist erschöpft! Dann können wir den einreißen und einfach hier drüben... Äh, nicht Holzfäder, Steinbruch, einen neuen Bauen. Äh... Oh. Verstanden! Und wir haben Crimson Sabbats Hauptlager entdeckt. Auf euren Befehl! Und... Truppen. Jawohl! Alles klar! Schon unterwegs! Alles klar! Alles klar! Da hat sie die Bouchers. Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Jawohl! Auf euren Befehl! Hier hat sie auch zwei Trebuchets stehen. Sofort! Selbst hier hat sie zwei stehen. Auf euren Befehl! Jawohl! Schon unterwegs! Und wir haben... Unsere Verbündeten werden angegriffen! ...Gestadt entdeckt. Die immer wieder... Alles klar! ...eins auf den Deckel kriegen. Jawohl! Gut, wen haben wir jetzt hier alles entdeckt? Crimson Sabbat, Stadt Juhar, Dorf, Orden von Galane. Ah, die sind da oben. Seid gegrüßt! Ich bin der Kastellan von Juhar Haar. Wir sind in einer äußerst misslichen Lage. Wie ihr wünscht! Wir brauchen so schnell wie möglich Stein, um unsere beschädigte Stadtmauer auszubessern. Schon unterwegs! So. Sofa! Füllen wir mal unsere Truppen auf. Erhöhen uns uns Sold auch. Und schicken gleich mal die Steine. Ein Karrer wurde ausgesandt! Aber gesichert. So. Ah ja, dem Fisch wollten wir uns jetzt einverleiben. So. Gut. Äh, Wolle kriegen wir. Also können wir zwei Weber errichten. Auf euren Befehl! So, da kommt unser Karren mit dem Steinen. So, da kann ich langsam mal unsere Wege weiter verbessern. Bis auf den hier. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sofort! Ja, auf lange Sicht müssen wir halt irgendwas gegen die Triebocke machen. Oder die Tribouchés. Wie man sie aussprechen möchte. Auf euren Befehl! Wahrscheinlich aber auch erstmal die Räuber aus Merzen. So. Und wir sollten uns um Med kümmern. Ihr habt den Standort der Tribouchés herausgefunden. Nun könnt ihr euren Angriff gegen sie vorbereiten. Wir brauchen Katapulte, um Krimsensabbats Tribouchés zu zerstören. Wir müssen eine Belagerungswaffenschmiede bauen. Ich werde angegriffen! Ja, eine Belagerungswaffenschmiede errichten, das ist kein Thema. Jawohl! Aber Katapulte, das könnte eine Weile dauern. So, das heißt, wir müssen die Medproduktion jetzt anwerfen. Wir brauchen also den hier. Danke, dass ihr uns Stein geschickt habt. Nun können wir unsere Stadtmauer reparieren und der Belagerung etwas länger standhalten. Mhm. Wegen der Belagerung können wir nicht mehr genügend Güter herstellen und unsere Siedler streiten. Wir müssen unbedingt die Anzahl der streitenden Siedler verringern. Bitte schickt uns die Waren, die wir benötigen. Wir haben genug Gold, um dafür zu bezahlen. Ich benachrichtige euch darüber, welche Güter wir brauchen. Ja, können wir nicht mehr genügend Güter herstellen. Genügend Gold. Und ich merke, wir haben einen Bäcker zu viel. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir haben einen Bäcker zu viel. Deswegen... Ah, Mist. Ah, da kommt Holz. Reißen wir den ein und da setzen wir ihn durch eine Räucherei erstmal. Gut, was können wir ihm schicken? Besen können wir ihm schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Und ja, wir brauchen doch noch einen Metzger und haben nicht genug Holz. Danke, dass ihr uns diese Güter verkauft habt. Bitte schickt uns so bald wie möglich mehr Nahrung, Kleidung und Reinigungsgüter. Unsere Verteidigung ist schwach. Bitte schickt Bogenschützen auf unseren Marktplatz, um uns zu helfen. Unsere Stadtwachen wurden dezimiert. Bitte schickt Schwertkämpfer auf unseren Marktplatz, um uns bei der Verteidigung zu helfen. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Okay, dann verschenken wir mal Soldaten. Wollen uns aber gleich mal neue. Verstanden. Und ja, Nahrung könnte so ein Problem werden. Habe ich da wirklich einen Seifenmacher statt einem Metzger hingebaut? Oder habe ich den Seifenmacher gewollt? Okay, da verlieren wir jetzt ein Bataillon. Ja, ich sollte dann gucken. Dass, wenn ich genug Truppen beisammen habe, wir die Räuber auslöschen und die ganzen Katapultstellungen auslöschen um Johar herum. Also die Truppen, die dort rumgammeln. Gammeln. Ja, das brauchen wir nämlich auch mal unbedingt Frauen. Und da wir so viele Tiere haben, eine Metzgerei. Ach ja, und ich errichte doch mal nochmal so einen Seifenmacher hier. Ja, 21 Frauen gleich beim ersten Fest. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ich brauch trinkend mehr Holz. Jawohl! Eure Schwertkämpfer sind angekommen. Sie werden uns helfen, unsere Stadt zu verteidigen. Und wir sind auf null Nackengründen. Eure Bogenschützen sind angekommen. Sie werden uns helfen, unsere Stadt zu verteidigen. Juhu! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay, ich hab die Truppen verloren. Dafür... Ja. Hab ich zwei Quests wieder abgeschlossen. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass viel, viel Nahrung produziert wird. Ach ja, und ich müsste mal den Fischer hier upgraden.